Ja, das war jetzt genug der Vorrede, jetzt kommen wir zur ersten Musik. Eine Gruppe, die ihr alle kennt, Ice in the Sunshine, war ihr letzter Hit. Jetzt ein neuer Hit, hoffentlich, Daydream, Beagle Music. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Daydream, it's a daydream. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daydream, it's a daydream, oh, it's a daydream, daydream, it's a daydream. Thank you.